Huh? Hm. Hey, Sie sind ja gar nicht so übel. Es sind wohl nicht alle Amerikaner Schweine. Meinen Sie das im Ernst? Ja. Wissen Sie, vor dem Krieg lebte ich in Amerika. Ich war sogar verheiratet und hatte einen Sohn. Sie sind sicher sehr einsam. Ja, ich bin einsam. Sehr einsam. Wie heißt Ihr Sohn? Huh? Johnny. Johnny. Klingt gut. Wirklich? Gefällt Ihnen der Name? Ah, wenn Sie es sagen, dann glaube ich Ihnen. Ich heiße übrigens auch Johnny. Ähm... Der erstgeborene Sohn trägt in meiner Familie stets den Namen Johnny. So hieß mein Vater. Huh? Und der Sohn meines Sohnes wird vermutlich auch Johnny heißen. Huh? Ein ganzer Klan von Johnny's. Warum muss es überhaupt einen kalten Krieg geben? Unsere beiden Länder waren so gut befreundet. Ja, ganz meine Ansicht. Ich will nur meine Familie wiedersehen. Das muss hart sein. Ja. Aber nicht so hart wie Ihr Schicksal. Haha. Ah. Hier. Huh? Ich habe sie aus Ihrer Ausrüstung genommen, als der Oberst gerade nicht hinschaute. Tch. Hm. Das ist das Mindeste, das ich tun kann. Hm? Hey. Huh? Sie können mich wohl nicht hier rauslassen. Hm? Was? Nein, das kann ich nicht. Hey. Sie sollten nicht auf krumme Gedanken kommen. Wenn sie fliehen, muss ich sie erschießen. Ich habe schon zu viel gesagt. Ich muss gehen. Oh Mann. Diese Abwechung. Hey. foods her aufdie специligirituales coupentاصden. Das Oh! Musik und Sounds, von half-life, Don Miguel und Obscure 2.